Liebe Elke, kommen wieder. Schön, dass ihr da seid. Die Kinder und ich sehr treu. Heute ein kleines Workout mit einem Wäsen. Und einem Schluchwort zeigen. Ihr nehmt am besten einen Schluch oder ein Wäsen, bei dem ihr das Vorderteil abschrauben könnt, sodass ihr nachher nur mit dem Start trainieren könnt. Wir wünschen euch viel Spaß. Legt euch in die Rückenlage auf den Boden. Streckt die Beine auf, macht euch gut rum und flach. Atmet tief ein, legt ihr ausatmen. Kommt nach oben und streckt euch langsam wieder zu. Und wieder. 3, 2, 1, und. 1, 2, 3, 2, 1, und. 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 3, 4. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Füße aus. Gut. So. Bleib die Zitze. Steck die Beine auf. Steck die Zitze. Vom Boden an. Und nehmt die Zitze. Einmal nach rechts. Und einmal nach links. Los geht's. Weisst. Stecks die. Weisst. 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 Und weisst. Sehr gut, jetzt wollen wir in die Seinstützposition gehen. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, ob ihr auf den Kuh bleiben wollt oder auf den Füßen geht. Drückt euch nach oben, nehmt den Stab und die andere Hand. Und wir richten uns auf, machen den Arm, ganz auf und sehen uns wieder vor. Los geht's. Wollt ihr im Schwach gerne mit eurem Schlick? Nehmen wir nach den Schwererhaden. Ein Schlüssel. Und dann aus. Und dann aus. Und dann aus. Und dann aus. Oh! Oh! Und lang. Wir gehen in die Liegeschützposition. Wir legen den Stab vor euch ab, unter eurer Fuß. In der Schützposition wollen wir jetzt den Stab immer mit 1,5 zur Seite schieben. Los geht's! So, und eure Hörkirchen festzumachen und dann euren Bauch festzumachen. So dass ihr uns wenigstens für den Torrackel. Letztes Mal ab. Gut. Wir gehen in die Bauchslage auf. Mach weg. Direkt die Arme auf. Geht die Arme vom Tor ab. Zieh die Arme ab. Strecke die Arme. Die Arme vom Torrackel. Die Arme vom Torrackel. Und die Arme vom Torrackel. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und wieder zurück. bei uns. Auf dem Rücken. Denken wir die Beine an. Wir starten unseren Händen. Und wir starten jetzt damit den Start, um unsere Beine zu geben. Für große Bewegungen. Wir bleiben bei einer Richtung. Letztes Mal. Und auf. Entspannen. Wir wechseln jetzt die Richtung. Wir machen gleich Übung zur anderen Seite. Gib die Beine an Schultern oder Körper hoch. Und andere große Bewegungen um die Beine hoch. Und locker. Wir ziehen euch nach oben in die Sitzung. Wir wollen jetzt den Start vor unseren Brustteilen. Sobald wir die Beine strecken, strecken sich auf unsere Arme. Los geht's. Schau, dass der Rücken schön gerade bleibt. Schultern. Noch zweimal. Einmal. Und verschieben. So. Jetzt noch unsere letzte Übung. Die Beine klagen. Noch einmal. Und verschieben. So. Jetzt bleibt euch'n flach ab. Ziehen die oberen Arzt direkt mit ab und führen mit starb zum oberen Bein. Wir möchten, kann das unsere Bein leicht vom Boden abheben. Wir drehen uns an nach oben und wollen das Ganze natürlich noch wieder. Auf der anderen Seite machen. Wir legt euch wieder lang. Arm nach oben, über die Schäden aufgestrichen. Und wir führen Bein. Ja, das rückere Bein mit abgeben. So, dass es nicht mehr. Ganz offen. Und wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ihr dürft natürlich gerne wieder von vorne starten, in die zweite oder vielleicht in die dritte Runde gehen. Und das Ganze noch mal machen. Danke euch!